Alles schön voll. Für was denn? Woher wissen die denn, was die anzugreifen haben? Alter. Ständig in Bewegung bleiben, ständig in Bewegung bleiben. Und dann vernichten wir langsam alles schön nacheinander. Jetzt wird's los. Einfach voll drauf, komm schon! Nee, da tritt so nichts. War ja mal wieder sehr schlau von mir. Ja, bitte. Bitte gebt die Einstellung auf. Ah, jetzt wird's doch wieder so hetzig. Und was weiß ich alles. Ja, komm. Das Rücken war doch vor. Los jetzt! Go, go, go! Sehr schön. So, dann die hier zerstören und dann schön die Panzerabwehreinheiten. Wo haben wir ein Gebäude verloren? Wo? Wir haben ja kein Gebäude verloren. Was war da? Schnell! Kommentar vom Feinsten mal wieder. Alles schön zurückziehen wieder. und dann Panzerabwehrbasis schön zerstören. Das hier übernehmen wir wieder. Die Panzerabwehrbasis brauchen die nicht, die brauchen wir nicht. Wo ist denn die hier? Das hier? Das hab ich gesucht. Go, go, go! Komm schon, komm schon, komm schon! Wir haben wieder Geld raus ohne Ende. Jawohl. Du darfst die Einheitenerkennung. Das war's für heute. Ja, ich glaube, die kann ich dann wohl nicht mehr retten. Dann schneide ich wenigstens mit dem einen Panzer hier noch. Fahr! Ich glaube, der ist jetzt auch noch Matsch. Aber richtig. Damit scheint es doch zu gehen. Oh mein Gott, gegen Truppen sind die auch schon wieder saugut. So, gut, bis dahin. Und wenn ich die hier herstelle... Okay, 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 okay. Okay. Oh, oh, oh. Go, go, go. So, jetzt aber. Jetzt müssen wir sie haben. Go, 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 go. Sieht gut aus. Sogar im ersten Anlauf. Wow. Wir scheinen tatsächlich Fortschritte zu machen und der kriegt direkt auf die Nüsse. Kannst du keinem erzählen, wie der auf die Nüsse bekommen hat gerade. Ja. Ja, übernehmen. Danke. Immer schön alle drauf. Können wir wieder nur die oder was? Ja, ja. So können wir das. Wird das heute noch was oder wie sieht es aus? Haben wir vielleicht was übersehen? Müssen wir die da oben auch noch wegkriegen? Haben wir unsere Basis verloren oder so? Wir sollen das ja auch nicht Dingensbomünsen, sondern einnehmen, ne? Also, Kartoffel. Überleg doch mal, bevor du was machst. Jetzt sag mir nicht, dass wir mich jetzt gleich attackieren. Ich hoffe es nicht. Bam. Und da ist es dann auch schon soweit. Macht dann 1500 Punkte. Vielen Dank. Glückwunsch, General. Grave ist erobert. Dit war ja easy. Sir, der Geheimdienst meldet, dass die Deutschen alle Truppen für einen Gegenangriff sammeln. Ihr Primärziel scheint das Hauptquartier bei Grave zu sein. Äh, ja. Ne? Oh. Alter, jetzt wird es aber ganz schön hier, ne? Okay, jetzt probieren wir das. Nein! 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 Jetzt könnte ich gerade schon wieder mit Schwitzen anfangen. Also, wirklich. Sauerei! Wo ist denn eigentlich unser... Oh. Hallo. Wir müssen jetzt richtig schön, äh, denen zeigen, wo der Hammer hängt. Das wird sonst gar nichts. Null, nada, niente. So, oder? Meldung, Einheit, Spiegel und Einheit sind verschossen. Marvellous. We're taking a record here. Lagerberg. Ein unserer Einheit wurde verletzt. Back your back, we're moving to the combat table. Anfänger, Einheit, Verletzt. Ah, they won't bother you anymore. Gebeude ist noch abgeschlossen. Die Pioniere kümmern sich darum. Pioniereeinheit wurde auf dem Wienerraum verletzt. Pioniereeinheit wurde auf dem Wienerraum verletzt. Alter. Das interessiert die ja ja nicht. Das interessiert die ja einen feuchten Scheiß. Was? Alter. Okay, wir machen das wieder neu. Äh, letzter Kontrollpunkt, bitte. Ich, äh, versuche was anderes. Ich hätte das Mäulchen eben nicht so weit aufmachen sollen. So, äh, jetzt machen wir das direkt anders. Jetzt stellen wir hier nämlich Fett-MG-Schüssel hin. Äh, was haben wir hier? Massives Gebäude? Ja. Können wir alles nicht verbrauchen. Können wir alles nicht verbrauchen. Äh. Was hat das Ding denn gerade hier zermörsert? Das frage ich mich gerade. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? So. Alter, was ist denn das? Das ist ja keine Städte. Ja. Das kannst du, Cam, erzählen. Das kannst du, Cam, erzählen. Jetzt sag mir nicht, dass die von da hinten kommen müssen. Natürlich, die kommen von da hinten. Natürlich. Natürlich. Okay, also, nö. Passen Sie mal auf. Ich probiere das Ganze mal kurz aus, so, äh, Off-Cam-mäßig. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Ding wieder neu laden. Bis gleich. Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roos. Ihr seid hier immer noch im selben Part, nehme ich mal stark an. Äh, und ich spiele direkt mal weiter. Ihr seht, was ich mir hier gleich jetzt aufgebaut habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es funktioniert. Bin mir aber nicht vollkommen sicher bei der ganzen Sache. Ihr seht, was ich hier gebaut habe. Ich habe eine Panzerabwehrstation gebaut. Station sage ich schon, natürlich, Panzerabwehrbasis. Da hinten macht er gerade die fertig, die von hinten kommen. Und hier vorne geht die Party. Dicke. Und wir sind gerade tatsächlich dabei, die voll weg zu rapen hier. Freut mich. Freut mich wirklich. Ich glaube keiner, wie ich mich gerade freue. Wenn das jetzt natürlich war, bin ich natürlich der glücklichste Mensch der Welt. Ja, komm, jetzt kann mich sowieso nichts mehr schocken. Und jetzt kommt hier noch eine, eine komische, äh, wie nennt sich das Ding nochmal? Hier, eine komische Einheit. Genau, das Wort habe ich irgendwie gesucht. Die greifen hier schon freiwillig an. Ohne mich überhaupt zu fragen. Boom, und da ist er, ne, hä? Er hat doch so viel ausgehalten. Die Gegenangriffe auf das Hauptquartier zurückschlagen. Haben wir getan. Fehler frei, fast. Gefällt mir. Daumen hoch. Und die schießen immer noch wie die Verrückten. Errungenschaften haben wir wieder freigeschaltet. Kriegsgott und Errungenschaften freigeschaltet. Durchschnitt. Bekommen wir ein Level dazu? Das interessiert mich. Scheint so. Ja, Level 20. Ja, für Level 21 hat das nicht mehr gereicht. Okay, ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch einen monatschen Restnachmittag. Und bis morgen, wenn wir wieder Ruse spielen. Auf Wiedersehen.